Finanz Gourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies. Liebe Finanz Gourmet, heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Wir, heißt wieder die Caro und ich, und unser Gast ist Michael Pulitzer. Jetzt werden wahrscheinlich der ein oder andere sagen, wer, was ist denn das für ein Fondsmanager, bei welcher Bank ist der denn? Nee, der macht was ganz anderes. Micha, herzlich willkommen. Danke, guten Morgen oder guten Tag, je nachdem. Moin geht immer. Ich habe gedacht, du würdest Moin sagen, weil du bist ja nordlich. Ich bin ja hier bei den anständigen Leuten, da muss ich mich ein bisschen benehmen. Micha, meine erste Frage, weil du bist ja, ich weiß gar nicht, ob du den Finanzgourmet-Podcast überhaupt kennst, aber meine erste Frage, bevor wir dann zu dir kommen, ist immer, welchen Wein hast du denn mitgebracht? Ach, das ist ja komisch. Ich bin total darauf vorbereitet. Also, ich bin kein großer Weintrinker und wenn ich Rotwein trinke, schlafe ich sofort ein. Also, das ist nicht besonders geschickt. Und wenn ich Weißwein trinke, dann werde ich auch betrunken. Aber da ich nicht so schnell betrunken werden möchte, trinke ich gerne Weinschorle. Und davon gerne viel und mit wenig Wein und viel Wasser. Und dann ist es immer schade, wenn so der beste und der teuerste Wein dabei drauf geht. Und deswegen habe ich für mich einen wunderbaren Wein entdeckt, der mir super gut schmeckt und der irgendwie total bezahlbar ist. Und der auch den meisten Gästen, die mich besuchen, auch Freude macht. Also, insofern, der sieht ungefähr so aus. Das ist ein Weißburgunder von Beck, Weingut Beck. Und ja, der macht mir Spaß. Wo ist denn das Weingut Beck? Ja, siehst du, so geht der schon los. Also, so tief gehe ich gar nicht rein. Der schmeckt Oli. Der schmeckt mir. Das reicht mir. Das ist ein weißer Buckunder. Ich bin schon... Das finde ich, das ist auch tatsächlich schon mal eine gute Voraussetzung. Weil ich bin ja ein ganz großer Freund der Pfalz. Und in der Pfalz, das ist ja das Land der Weißweinschorle. Und da gibt es ja das Doppelglas. Und deswegen, das ist also auch gerade im Anbetracht der Uhrzeit, ist tatsächlich ja der Weißweinschorle tatsächlich hervorragend. Angemessener jetzt, ja, denke ich auch, als schon mit Brotwein zu Beginn, um Viertel nach neun oder sowas. Caro, auch kein Pickball-Lötchen. Habe ich heute Hacher vergessen. Micha, ich kann dir sagen, wir haben heute ja nicht nur uns drei hier, sondern wir haben Gäste aus Kenia, aus Kapstadt. Ja, also wir haben hier heute Leute dabei. Das hatten wir alles so noch nie. Und deswegen würde ich sagen, damit wir mal so das Fragezeichen bei unseren Zuhörern lüften, fangen wir vielleicht einfach mal ganz kurz damit an, wer du bist. Wenn du einen ganz kurzen Abriss einfach mal über dich als Person geben könntest, das wäre echt hilfreich. Tja, kurz ist nicht ganz einfach. Ich hatte das Vergnügen unter das Privileg, dass ich in meinem Leben schon sehr viel machen durfte und konnte. Habe im IT-Bereich angefangen, zweimal alles verkauft mit Achim Flebbe, irgendwann die Cinemax-Kinokette gegründet, dann in die USA gegangen. Dann bin ich drei Jahre mit einem Schiff für den Stern und für einige Sponsoren wie Microsoft, Sony, Deutsche Telekom und so weiter um die Welt gefahren. Habe so einen der allerersten Blogs überhaupt gemacht. nannte noch keiner Blog, aber und das Internet war 12 Dollar die Minute für 64 Kilobit. Ja, ich weiß halt gar nicht mehr, was das ist. Kilobit. Tuck, 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 tuck. Da konntest du jedem Buchstaben zugucken. Ich weiß noch, wie es sich angehört hat auf der Datasette. Ja, genau, genau. Und dann bin ich irgendwann in Kapstadt hängen geblieben, bin in die Fotografie zufällig reingerutscht, habe diverse schöne Bücher, wie man sagt, über alle möglichen tollen Plätze auf diesem Planeten gemacht, habe mir dabei irgendwie so 180, 185 Länder angeguckt, bin seit 14, 15 Jahren wieder in Hamburg und da blieb irgendwann die Frage nicht mehr aus, wo ist die Welt am schönsten, wie kommt man da hin, in dem Buch auf der Seite, da möchte ich unbedingt mal hin. Das habe ich versucht zu beantworten, aber das konnte kaum einer umsetzen. Und ich habe in meinem erweiterten sozialen Zirkel auch diverse Leute, die finanziell unabhängig sind, darf ich es so formulieren. Sehr diplomatisch, ja. Und dann kam mal ein lieber Freund aus Zürich, der sagte, Michael, du, ich habe zwei Söhne, 20 und 24, ich habe mich nicht genügend um die gekümmert. Ich möchte jetzt mal eine Reise machen mit denen, die die nie vergessen, die wir nie vergessen und wo wir uns ein bisschen näher kommen, wo ein bisschen Bonding passiert. Und hast du nicht Lust, uns mal dein Afrika zu zeigen? Mich interessieren Landschaften mehr als Tiere und ich möchte ein bisschen was Kulturelles erleben. Und ich bin, was das Budget angeht, recht flexibel. Warte, warte, da muss ich ganz kurz einhaken. So habe ich übrigens Michael auch kennengelernt. Wir verbuchen ja alles im Family Office, also jegliche Transaktionen. Und unter anderem war da eine sechsstellige Transaktion bei für eine Reise. Das gucke ich mir mal genauer an. Das kann schon mal sein, das kann auch schon mal ein Vielfaches davon sein. Das geht aber nicht in Kaviar und nicht in Champagner, sondern das geht in Logistik, das geht in Zugang, das geht in besondere Plätze. Hier war es so, dass wir dann, er wollte dann noch einen Freund mitnehmen, also wir waren zu fünft und wir sind dann tatsächlich mit zwei Helikoptern durch Kenia und durch Äthiopien geflogen. Eine Nacht feudal in einer wunderschönen Lodge, die nächste Nacht am Kraterrand eines blubbernden Lavasees auf einer stinkenden Matratze, die per Kamel aus Addis Abeba gekommen ist, mit einem Tetrapak-Frühstück im Staubwind oder im Sandsturm. Das war aber alles Teil des Programms. Das ging darum, auch aus der Komfortzone rauszukommen, aber nicht die Gefahrenzone zu erreichen, natürlich. Das ist ganz wichtig bei unseren Kunden. Und das hat funktioniert. Die sind sich näher gekommen, die haben sich gestritten, die haben sich wieder in den Arm gelegen, die haben gelacht, die haben geweint und die haben gemeinsame Erinnerungen geschaffen. Und das ist ja das, was ich schon seit 10, 15 Jahren fest dran glaube. Das ist ja eine ganz besondere Form von Luxus. Und die ist eben auch nicht mit jeder Reise zu erreichen, sondern da hängt es auch sehr stark davon ab, wie man es macht. Wir haben ja zum Beispiel häufig auch Leute, die sagen, naja, ich wollte jetzt mit meinen Kindern mal irgendwo los und nochmal einen Family Trip machen und dann fahren sie eben nach London oder nach Paris oder nach New York. Und es ist ja so, dass die heutzutage sind die Familien ja sehr verteilt. Der Sohn studiert in Hongkong, die Tochter arbeitet in San Francisco oder sowas. Und dann kommt man irgendwo zusammen in New York oder in London oder sowas. Ja, die Jugend ist aber extrem gut verdrahtet. Die geht abends feiern, kommt recht spät nach Hause, verpasst das Frühstück. Zum Mittagessen sitzen sie dabei, haben aber schlechte Laune, weil sie nicht müde sind. Nachmittags gehen sie wieder schlafen und abends gehen sie Party machen. For the family, genada, da ist nicht viel passiert. Dann sind sie auf einer... Du beschreibst gerade mein Leben, ja. Dann sind sie auf einer Insel auf den Malediven geflogen. Ja, das ist schon ein Improvement, da rennen die nicht mehr weg. Und da kommt man auch mal zum Gespräch. Aber irgendwie ist fast jeder Tag gleich. So, es gibt einen schönen Strand, es gibt eine schöne Villa, es gibt blaues Wasser. Ja, aber dann sitzt man da sieben, acht, neun Tage. Vielleicht erholt man sich körperlich, aber es passiert mental nicht viel. So, und man weiß dann auch nicht mehr, war das der zweite, dritte, fünfte oder siebte Tag oder sowas. Und wir versuchen eben mit den Reisen, die wir gestalten, tatsächliche... Und das ist etwas, was ich immer wieder höre und zwar in einer Intensität auf jeder Reise. Das ist der Abend des zweiten Tages und die sagen, ich habe das Gefühl, wir sind schon seit drei Wochen unterwegs. Das sind einfach viel Erlebnisse, die da reingepackt werden, die nicht immer, das sind auch nicht immer Skriptet-Geschichten. Das geht auch nicht immer um große Sachen, sondern manchmal einfach auch nur um kleine Sachen. Aber man ist aus seiner normalen Umgebung raus, man ist manchmal auch aus der Komfortzone raus. Und dann solidarisiert man sich auch mit denen, die in der Nähe sind. Man spricht, man kommuniziert, man unterhält sich, man reflektiert und es bleibt immer irgendwie was hängen. Aber wir müssen ja jetzt unseren Zuhörern so ein bisschen transportieren. Das ist jetzt, wie du reist. Also das sind dann ein paar Menschen, also das sind eine Handvoll Menschen, so wie du es gerade gesagt hast. Dann gibt es Helisafaris, die du machst. Es gibt, glaube ich, gar kein Land, wo du noch nicht warst. Doch, leider ja. Ja, erzähl. Nein, nein, es gibt natürlich noch viele Länder, die ich nicht... Man merkt ja auch, der Appetit kommt beim Essen. Je mehr man reist, desto mehr merkt man, was man alles noch nicht gesehen hat. Aber, ja, wenn ich das schon... Also, das ist ja... Die Leute kommen zu uns und sagen nicht, ich möchte jetzt unbedingt eine achttägige Safari nach Namibia machen. Sondern sie kommen zu uns und sagen, Michi, ich habe irgendwie Zeit im Herbst oder sowas. Oder ich wollte jetzt mal mit den Kindern was Besonderes machen. Oder ich werde 80 und überlege mir, ob ich ein großes Fest mache oder ob ich meine 20 engsten Freunde einlade. Und dann kommen wir in ein Gespräch und versuchen, ich versuche herauszufinden, wo sind sie schon gewesen, was ist ihnen wichtig, wie viel Abenteuer, wie viel Geschwindigkeit, wollen sie viel machen, wollen sie zur Ruhe kommen. Wie viel Adrenalin darf es sein. Wie viel Adrenalin darf es sein. Wobei, wir machen jetzt keine... Wir machen wirklich keine gefährlichen Sachen. Nein, aber für viele ist ja allein schon dieses mit dem Heli reisen und fremde Stämme besuchen, Tiere zu sehen, im Freien zu schlafen. Also die Leute haben ja eigentlich... Du hast ja schon viel mehr vergessen, als viele überhaupt erlebt haben. Also das ist ja... Dein Leben ist ja so wahnsinnig. Für dich ist es ja nicht aufregend mehr wahrscheinlich. Oder vielleicht doch die ein oder andere Situation. Aber für jemanden, der nicht so ein buntes und bewegtes Leben wie du führt, für den ist glaube ich... Also schon allein das Landen und überhaupt alles aufregen. So stelle ich mir das zumindest vor. Michael, lass mich mal ganz kurz eine Klammer um das, was du eben gesagt hast, machen. Weil wir das sehr schön dann aufarbeiten können. Also Finanzgourmet, du bist jemand, der für Kunden in einem Family Office... Ich habe auch verstanden, für ganz normale Menschen, die ein bisschen mehr ausgeben wollen. Du machst ja auch Radurlaubtouren oder Radtouren. Die werden günstiger sein. Aber grundsätzlich, du hast Menschen, die in einem Family Office, die einen sechsstelligen, vielleicht sogar ein Vielfaches von einem sechsstelligen Betrag ausgeben. Du bist mit denen auf Reise. Also das ist für mich gleich auch ein Thema, wo ich unbedingt mit dir drüber sprechen will. Wie sind diese Typen, die sich alles leisten können? Wie sind die, wenn die dann auf so einer Matratze liegen? Und auf der anderen Seite haben wir das Thema Gourmet. Und Gourmet ist ja nicht nur, was ich in mich reinschaufe, sondern Gourmet, ich sage, das hat was mit Erleben, wie was bei mir ankommt. Und da passt eben Reisen auch ganz toll. Und das war dann für uns eben auch die Klammer, warum ich gesagt habe, boah, das ist ein Gast. Den finde ich aber ganz spannend, dass wir den mal hier haben, weil der die Sachen von einer ganz anderen Seite beleuchtet. Bevor wir da aber hinkommen, würde ich ganz gerne aus deinem Lebenslauf nochmal so zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, aufgreifen. Weil ich habe keine Ahnung, wie Vermögen du jetzt bist, aber ich weiß, dass du in deiner Vergangenheit und auch als du jung warst, du hast mit 21 ein IT-Unternehmen gehabt, hast 120 Mitarbeiter gehabt. Man sagt, du warst mit 26 Selfmade Millionär und hast das Unternehmen verkauft. Du hast Bill Gates irgendwann mal kennengelernt, hast mit dem was gemacht. Also du hast für IBM Sachen gemacht. Also da sind ja auch Dinge in deinem Leben. Wie kommt man, wenn man so business-minded, driven in eine Richtung war, wie kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, schmeiße ich alles über die Schultern und jetzt raus aus der Komfortzone. Du hast die Sache mit dem Schiff gesagt. Das ist so ein krasser Lebenswandel von jung auf Mitte, auf heute. Wie kommt man dazu, sich so zu verändern, so eine Journey zu machen? Ich glaube, der durchgehende Faden ist Lust und Spaß. Lust am Leben. Ja. Ich habe die Frage oft gehört, wie geht es weiter? Und ich konnte sie nie beantworten. Ich wusste nie. Weil es einfach gekommen ist. Ich bin, ich hatte bei IBM ein Werkstudentenpraktikum und habe dafür 6,34 Mark bekommen. Dann kam mein Kunde, in diesem Fall die Deutsche Grammophon und fragte, ob ich Lust hätte für sie danach auch ein bisschen freiberuflich so ein bisschen was zu machen. Und ich sagte ja. Dann sagt er, dann kommen Sie mal vorbei. Dann habe ich mich bei den IBMern, die ich kannte, erkundigt und sage, was kann ich denn da mal nehmen? Und dann haben die gesagt, ja, da gibst du Vollgas, du sagst, du willst 50 Mark haben die Stunde. Du kannst ja was, das ist überhaupt gar kein Problem. Mach das mal und runterhandeln können sie dich ja immer noch so. Und ich dann mit Herzklopfen tatsächlich gesagt, ich hätte gerne 50 Mark die Stunde. Und der Kunde sagte, tja, na, das scheint ihm nicht angemessen zu sein. Er schlägt 75 vor. So, da war ich 18. Und das ist schon eine Weile her. Ja, es gibt heute nicht so viele Menschen in Deutschland, die umgerechnet 75 Mark die Stunde verdienen. Das war gigantisch, aber ich habe den Job auch angenommen. Ich war bei der Künstlerkasse, wurde ich. Das heißt, ich gab immer abends das Geld auf die Kralle. Und ich, also, ich komme aus einem ganz normalen Mittelstandshaushalt, Familie. Und ich habe dann acht Stunden gearbeitet und hatte 600 Mark auf der Hand. Und das war, oh, wow, irgendwie so. Und das war schon ein tolles Erlebnis. Aber dann kam der nächste Job und die haben gesagt, ja, das Budget ist schwierig und so weiter. Da habe ich, glaube ich, für fünf Mark die Stunde gearbeitet. Aber das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich ein für 20 Mark gemacht. Und dann war dies und dann war jenes. Und dann bin ich in die USA gefahren, weil da bin ich ja vorher auch schon mal gewesen, öfter. Und dann habe ich gedacht, oh, hier gibt es so tolle neue Sachen, die will ich jetzt mal rüber importieren. Dann haben wir angefangen eben wie die ersten Lotus 1, 2, 3 damals noch oder sowas. Die meisten werden das gar nicht machen. Ja, genau, die haben wir per Hand noch da rüber geholt. Und diverse andere, auch Adobe in ihren allerersten Zeiten, da war ich Exklusiv-Distributor für sozusagen. Heute ist das ein gigantisch großes Unternehmen natürlich. So, und dann kam irgendwann jemand zu mir von einem Hamburger Bankhaus, Münchmeier, Hans Herrmann. Und sagte, sag mal, Pulitzer, du brauchst doch, glaube ich, ein bisschen Hilfe, oder? Ich sage, ja, ich brauche tatsächlich ein bisschen Hilfe, weil nächste Woche kommen wieder, irgendwann kam der IBM PC, den habe ich dann angefangen zu verkaufen. IBM wollte mir keine Lizenz geben, weil sie gesagt haben, nein, du hast keinen Büromaschinenhandel, du hast keine Schreibmaschinen im Angebot. Wir sind ja die Ergänzung, die Erweiterung von Textverarbeitungssystemen. Du hast keine Werkstatt und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, aber ich kenne das Produkt, ich mache das, ich kann das verkaufen. Und das wurde nur, weil dann wieder mit ein bisschen Penetranz und so weiter und Hilfe von einigen IBMern, die mich kannten, dass ich dann tatsächlich so im Vorbeigehen meine Händlerslizenz Nummer 42 bekommen habe. Und dann hatte ich aber eigentlich eine gute Idee, indem wir gesagt haben, lass uns doch, also die großen Unternehmen, die haben diesen PC ganz, kritisch beobachtet, weil der wurde ja über die Büromaschinenhändler verkauft und die gingen in die Fachabteilung rein. Und das bedeutet für den EDV-Leiter Einflussverlust, Machtverlust, Übersichtsverlust. Der wusste nicht mehr, was passiert in seinem Unternehmen. Gleichzeitig war der IBM-Vertriebsbeauftragte auch, sage ich mal, der wusste auch nicht mehr, was bei seinem Kunden los ist. Also bin ich zum IBMer gegangen und habe gesagt, du, wir haben 30 oder 35 in Hamburg ansässige Großunternehmen. Lass uns doch mal gemeinsam zum EDV-Leiter gehen und sagen, wir würden mit ihm den Einsatz von PCs in seinem Unternehmen koordinieren. Wir machen nichts ohne sein Wissen. Wir machen nichts gegen seinen Willen. Und er hat sozusagen, weil die Dinger konntest du nicht direkt von der IBM kaufen sozusagen. Der strahlte über beide Backen. Der EDV-Leiter strahlte über beide Backen. Und innerhalb von wenigen Monaten war ich der erfolgreichste IBM-Händler Deutschlands. Michael, darf ich da mal ganz kurz einhaken? Weil ich habe hier eine Randnotiz bei mir gesehen. Und ich behaupte das immer über mich oder generell. Man kann ja sagen, in der Vergangenheit neben Geschäftsmann, du bist auch wirklich ein Vollblutvertriebler. Würdest du das gelten lassen? Ich kann nur verkaufen, was ich liebe, was ich mag. Okay. Das ist, da sage ich, das ist, das sollte ja auch immer so sein. Aber wenn ich das so sehe, was du gemacht hast, mir deinen CV, deinen Lebenslauf anschaue, Vollblutvertriebler ist wahrscheinlich eine richtige Bezeichnung. Hilf dir dabei, dass du früher auch ein Riesentalent als Schauspieler hattest und ja auch hundertmal im Fernsehen war? Oder ist das einfach nur eine Episode in deinem Leben, wo du sagst, ja, nice to have, aber das hat mir später eigentlich nicht weitergeholfen? Ich glaube, das hat mir tatsächlich nicht weitergeholfen. Außer auch, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe das gemacht, nie mit der Absicht, Schauspieler zu werden. Das war für mich damals, da gab es drei Programme, so ein Klinkenputzerjob sozusagen. Ich sah immer nur, wie die wirklich guten Kollegen, Erwachsenen, guten, gelernten Schauspieler immer wieder auf Jobsuche waren. Hier noch eine Rolle holen, hier vorsprechen und so weiter. Roten Teppich gab es gar nicht. Es war ein hartes Brot. Und es hatte auch kein Glamour, nix so. Und für mich war der Höhepunkt, dass ich einen Stuhl hatte mit meinem Namen drauf. Irgendwie das fand ich cool am Freort. Und das hat Spaß gemacht. Und ich glaube, warum wurde ich da irgendwie immer wieder gebucht? Ich konnte meinen Text aufsagen. Ich habe nicht in die Kamera geguckt. Ich war nicht genervt, wenn wir eine Aufnahme 10, 15 Mal wiederholen mussten. Und ich war auch abends um 22 Uhr noch einsatzfähig so. Was waren deine größten Rollen? Naja, also das, worauf ich wahrscheinlich am meisten stolz bin, ist tatsächlich, und das ist auch immer wieder wiederholt worden, und da gibt es auch heute noch Menschen, die mich darauf ansprechen, dass da war ich dann vielleicht 15, 16, und das war dann auch das Letzte, bevor ich in die USA gegangen bin, das war die Tadellöser und Wolf-Verfilmung, also das Tadellöser und Wolf, der Tadellöser und Wolf-Roman von Walter Kempowski in einer Eberhard Fechner-Verfilmung. Und da habe ich tatsächlich den Walter Kempowski gespielt. Und das hat auch diverse Preise und Anerkennungen gekriegt und so weiter. Aber wie gesagt, ob ich ein erfolgreicher Schauspieler geworden wäre, das steht komplett in den Sternen, und ich wage es zu bezweifeln. Okay. Caro, magst du mal weiter, Max? Ja, gerne, gerne. Ich würde gerne nochmal, wir sind ja beim Finanzgourmet, und da steht ja das Finanzamt ganz am Anfang, und ich erinnere noch, wie Michael mir mal erzählte, wie er den Börsencrash erlebt hat. Da warst du irgendwo, im Nirgendwo, oder hast in irgendeiner Kneipe, glaube ich, einen Fernseher gehabt, wo dann, ich glaube, das war die 2000er-Blagen. Nee, das war so, ich glaube, das war 83 oder sowas. Oh, ganz früh oder sowas so. Und ich hatte tatsächlich so ein bisschen, oder ein bisschen, 86, wann war da was? Ich habe es vergessen. Tatsache ist, aber ich hatte tatsächlich ein bisschen investiert, weil ich hatte das erste Mal, um das kurz abzuschließen, die Familie Jaa hat sich dann bei mir beteiligt, als ich 21 war. Und wir haben dann gemeinsam mit 26 wieder verkauft. Die waren happy, ich war happy. Und dann war ich tatsächlich auf einer Karibik-Insel, ich glaube, es waren die Cayman Islands. Und damals ging ja das noch nicht so mit App und mit kaufen, verkaufen und selber machen und so weiter. Du musstest jemanden anrufen in einer Bank, und der musste ans Telefon gehen. Der Börsenhandel war bis eins und so. Und ich hatte so ein paar amerikanische Aktien gekauft. Und dann war ich irgendwie am Pool. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal kurz aufs Zimmer. Dann ging ich aufs Zimmer, dann lief da der Fernseher CNN, glaube ich, war es. Und es crashed, crashed, crashed. So, und ich ans Telefon und piep, piep. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Keiner ging ran so und konnte nichts verhindern und stand da. Und bin nach einer Viertelstunde wieder am Pool und habe gesagt, so, shit, kann ich nicht ändern was. Du musst halt nochmal neu anfangen. It's only money. Michael, einfach nur für dich. Ich habe keine Ahnung, wer hier mithört. Wir sollten richtigstellen. Das Geld war nicht auf den Cayman Islands angelegt. Das war kein Steuerverdien, sondern du hast am Pool gelegen. Nicht, dass du jetzt die Steuerverhandlung an den Hals bekommst für irgendwas von 1983. Wir wissen ja, wie wir Deutschen sind. Genau, nein, das ist tatsächlich gut, dass du das klarstellst. Das war in Deutschland sauber versteuertes Geld, was bei einer Hamburger Bank sozusagen wieder angelegt wurde, die aber dann in amerikanischen Aktien nicht erreichbar war. Was ja auch damals ganz normal war. Das können sich die Leute auch gar nicht vorstellen, auch wenn Michael erzählt, du hast ja auch eines der ersten Handys gehabt. Das waren ja Backsteine. Das können sich die Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Das waren lustige Zeiten. Michael, du hast vorhin gesagt, ich habe mich jetzt gerade mal aufgeschlaut zwischendrin. Du hast 180, 185 Länder gesehen. Laut Wikipedia gibt es 194 oder 195 Länder. Sag mal, welches ist denn das, wo du sagst, bist du ein Investigativjournalist? Nein, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung. Reden wir über 300 Länder, die es gibt? Ich glaube, ich spreche jetzt von Ländern und Territorien sozusagen. Und da liegt es wahrscheinlich so um die 230, 240, 250. Kann ich dir auch nicht ganz genau sagen. Und dann ist die Frage eben, gehört eine kleine Insel wie St. Martin, die eigentlich unabhängig ist, aber dann auch wieder attached ist zu Holland. Das ist dann für mich ein eigenes Land gewesen. Okay, verstehe ich. Und insofern musst du da ein bisschen großzügiger sein in der Betrachtung. Es gibt immer noch, es gibt Länder, es gibt weiße Flecken in Afrika, es gibt weiße Flecken in Südamerika und es gibt selbst in so einem Land wie China ganz viele weiße Flecken. Und da würde ich eigentlich wahnsinnig gerne hin, aber das gerne am liebsten vor 15 Jahren. Weil der Chinese als solches eben auch ein aktiver Tourist geworden ist, auch in einem eigenen Land, aber auch in der Umgebung und meistens noch unangenehmer ist als der deutsche Tourist. Und insofern ist das immer schwierig, wenn sie in riesigen Massen auftauchen und man dann das, was man eigentlich sehen wollte, nicht mehr sehen kann, weil es irgendwie eine Million Ameisen drum herumlaufen. Und dann der Ort eben, und das ist eben auch jetzt wieder ein Punkt für unsere Reisen. Ich kann einen Ort nicht genießen, wenn da so viele Menschen sind, dass ich ihn nicht mehr spüren kann. Ja, verstehe ich. Und unsere Reisen gehen in 90 Prozent der Fälle, in 95 Prozent der Fälle in dünn besiedelte oder gar nicht besiedelte Gebiete. Es geht um Erlebnisse mit Tieren, Erlebnisse mit der Natur, Erlebnisse mit Landschaften. Es geht um Plätze, die ich besuchen darf oder die wir besuchen gemeinsam, wo ganz wenig Menschen vorher jemals gewesen sind, wo der menschliche Einfluss nicht zu erkennen ist. Und wo wir, wenn wir mit dem Helikopter, und das machen wir oft, und ich muss dazu sagen, wir kompensieren jede einzelne Helikopterstunde. Und das ist auch gar nicht aufwendig. Anbetracht einer Helikopterstunde, die gerne mal zwischen zweieinhalb und dreitausend Euro kosten kann, wenn man den richtigen Helikopter hat, der die entsprechenden modern ist und sicher ist. Und all diese Sachen sind ja sehr wichtig. Wir buchen auch nicht irgendeinen Helikopter. Wir buchen einen bestimmten Helikopter mit einem bestimmten Piloten. Weil wir wissen, wir wollen uns auch auf die verlassen können. Verlassen, ja. Aber es ist eben so, dass dann so eine Helikopterstunde zu kompensieren, das kostet 20 Euro. Das ist überhaupt gar kein Thema. Das machen wir auch doppelt oft sozusagen. Aber ich bin auch mit dem Helikopter, oft ist das der sensibelste Weg, irgendwo hinzukommen. Weil das sind oft ja sehr schwer erreichbare Orte. Manchmal gibt es überhaupt gar keine Wege. Das heißt, wenn ich tatsächlich mit dem Auto fahren würde, würde ich viel kaputt machen. Also ich würde ja direkt über einen unbefahrenen Weg fahren. Ich bräuchte deutlich länger, würde deutlich langsamer und damit auch deutlich mehr verbrauchen. Tatsächlich verbrauchen wir mit dem Helikopter weniger Treibstoff, als würde ich das Ganze mit dem 4x4 Land Rover Defender oder Jeep oder sonst was oder Toyota machen. Damit fährt man ja auch in der Stadt rum. Ja, genau. Zum Kindergarten, wie wir die Woche besprochen haben. Michael, warst du schon in Nordkorea? Nein. Aber das habe ich auch auf der Liste. Aber nochmal, ich bin mehr angezogen von Wildnis, von Landschaften. Mich zieht auch zum Beispiel, ich möchte irgendwann nach Indien und ich muss es machen. Tatsächlich bin ich da kurz mal, ein, zwei Mal gewesen. Aber da ist, also das ist auch nicht mehr so, da gibt es auch nicht mehr so viel Wildnis, wie man sie gerne hätte. Da sind die, da sind die Naturparks eingezäunt, da darf ich mit dem Auto morgens drei Stunden reinfahren, aber zwei Stunden nach Sonnenaufgang und da darf ich nachmittags wieder reinfahren und mittags muss ich draußen sein. Das ist, das ist so wie Walzrode XXL. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist so ein Park hier in der Nähe, wo man, ein Erlebnispark. Ja, das ist wunderbar, das ist ja auch toll und dass es sowas gibt und ich kann mit den Kindern da hinfahren und das ist nahe bei und ich habe nichts dagegen, aber es ist eben kein authentisches Wildniserlebnis. Michael, dann lass uns nochmal den Schritt zurück machen und Caro hat da eben auch schon mal angesetzt. Wenn du mit einem Milliardär, Multimillionär, der sich das leisten kann, aus Zürich so eine Tour machst, wie ist deren Erwartungshaltung an dich auf so einer Reise? Weil die schlafen sieben Sterne, die fliegen First Class und der Platz in der First Class neben ihnen bleibt. Die können sich alles, alles leisten und ich sage ja immer, das Beste, was man sich für Geld leisten kann, ist, dass der Platz um einen herum nicht besetzt ist, weil das ist für mich das größte Gut, was es gibt. Wie sind solche Leute bei dir auf solchen Reisen? Also gut, dass du das nochmal ansprichst. Ich hätte das fast vergessen. Also erstmal hat mir jemand relativ früh gesagt zu mir, Michael, please keep in mind, I'm gonna run out of time before I run out of money. So, was habe ich da rausgezogen? Zeit ist das Wertvollste, was wir haben und das ist insbesondere auch bei meinen Kunden so. Die wollen, die erwarten eine perfekte Organisation, die gleichzeitig lässig ist. das darf nicht irgendwie zu regimentär sein, das darf nicht zu unflexibel sein, aber es muss perfekt organisiert sein und es muss immer für einen Plan A auch einen Plan B und einen Plan C geben. Das ist auch eine meiner Stärken, denke ich mal. Ich habe ganz viele tolle, über die Jahre der Fotografie und so weiter, tolle Kontakte auf vielen Ländern dieser Welt aufgebaut, auf die ich mich blind verlassen kann und die sich auch blind auf mich verlassen können. und wenn ich denen sage, nee, ich weiß, du nimmst keine Kinder unter zehn, aber ich sage dir, die beiden Kinder, die sind acht und neun, die sind total okay, die passen rein, die sind irgendwie eher wie zwölfjährige, dann glauben die mir das auch und dann können wir die Kinder mitbringen sozusagen. So, da hat sich einfach eine Vertrautheit aufgebaut. Zweitens, ich, das hört sich jetzt arrogant an, aber ich will auch nicht jeden Kunden. Es gibt Menschen, und mir ist es wichtig, dass, obwohl das Reisen sind, die viel Geld kosten, dass der Respekt vom Geld dabei nicht verloren geht. Wenn ich mir angucke, dass es jetzt in Europa und überhaupt auch Plätze gibt und Partyszenen gibt oder sowas, wo ein Tisch in einem Club plötzlich, ein VIP-Tisch in einem Club plötzlich 30.000 oder 40.000 Euro kostet für einen Abend, dann ist das für mich respektlos. So, das ist für mich, das ist dann, da ist dann viel neues Geld, was, was irgendwie sich irgendwas erkaufen will, aber da machen wir auch nicht mit. Ich mache auch nicht mit, wenn ein Kunde, wie passiert ist sozusagen, in einer Lodge sitzt, im Norden Namibias, ganz, ganz, ganz weit weg von der Zivilisation und mit Kindern unterwegs ist und die Kinder plötzlich sagen, sie möchten unbedingt Schokolade, aber die Kinder nur eine Schokolade essen, die in Paris, von einer kleinen Schokoladerie gemacht wird, also wird der Privatjet nach Paris geschickt, die holen die Schokolade und dann wird es von Windhook dann mit einem kleinen Flieger da hingebracht. Da steige ich aus. Ja, richtig, absolut, richtig, absolut, das muss man sich auch nicht anschauen. Das ist respektlos. Das kostet 40, 50.000 Euro für eine Schokolade. Bitte, da kannst du dein Geld viel besser anlegen, kannst du anderen Menschen viel mehr Freude machen und viel helfen. Richtig. Was sind denn, was sind denn, ich finde, ich finde das total spannend. Also, ich habe solche Kunden nicht. Das ist das Gute. Ja, habe ich, habe ich verstanden. Ich durfte zweimal mit meinen Eltern, habe ich von denen in zwei besonderen Situationen zwei unglaublich tolle Südafrika-Reisen geschenkt bekommen, wo wir, wo wir wirklich unterwegs waren, wo zumindest Teile stattgefunden haben, wovon du gerade, gerade gesprochen hast und da habe ich sehr spannende Menschen in einer gewissen Form auch erlebt. Was sind denn so die Dinge, die du auf deinen Reisen mit diesen Menschen erlebt hast, wo du gesagt hast, boah, das werde ich nie vergessen, weil da haben wir die als Firma so beeindruckt, das werden die, ins Grab mitnehmen und die zweite Frage, was waren denn die Dinge, wo du einfach mit dem Kopf geschüttelt hast und gesagt hast, leck mich am Ärmel, muss ich das wirklich erleben? Naja, also zum Glück, das Letztere, das passiert selten, aber es ist natürlich auch schon vorgekommen, dass wir irgendwie mit einem großen Aufwand und einem gewollten Aufwand an einen besonderen Ort geflogen sind, wo ich stundenlang verweilen könnte, obwohl ich da schon sechs, sieben Mal gewesen bin, der aber so eine Kraft und Ausstrahlung hat und so wunderschön ist und so weit weg ist von allen anderen Dingen und dann quengeln, weiß ich nicht, die Kinder und sind müde und dann heißt es ja, lass uns irgendwie wieder nach Hause fliegen. Das tut mir dann in der Seele weh, sozusagen, und das ist schade drum, aber das passiert eben auch recht selten und da ich schon an Gedächtnisschwund leide, habe ich die Frage davor vergessen. Die erste Frage, was waren, Michael, das kenne ich immer, ist auch ganz schlechter, ganz schlechter Stil von mir, dass ich immer zwei Fragen in eine packe. Ich weiß, da bin ich, ich weiß, aber da gehen dann die Pferde mit mir durch. Wir sind leider herrlich ehrlich, ne? Genau. Der erste Teil war, erzähl doch mal eins, zwei von den Dingern, die du organisiert hast, die die Leute mit ins Grab nehmen, weil sie sagen, das eigentlich, wo andere, das kann man sich für Geld nicht kaufen, aber man kann es sich eben doch für Geld kaufen, wenn Leute wie du es organisierst und es können ja auch ganz kleine Sachen sein, die eben zu einem Familienbonding geführt haben oder was auch immer. Das Problem, bei deiner Frage ist, dass ich dann Dinge erzählen müsste, die eigentlich häufig genug Überraschung sein sollen, sozusagen so. Okay. Und klar versuchen wir, Dinge zu organisieren und schaffen das auch, die in dem Moment völlig unerwartet sind und von denen der Kunde auch oft nichts weiß vorher. Oder aber, wenn es eine größere Gruppe ist, dann weihen wir vielleicht den Principle mit ein, mit dem wir dann das diskutieren und dann ist der involviert, aber lässt es für alle anderen eine Überraschung sein. Und das hat auch was wieder mit Komfortzone zu tun, sozusagen. Also, ohne zu viel zu verraten, es kann sein, dass wir an bestimmten Orten mal irgendwie einen Sonnenuntergangs-Tour machen und vielleicht auch Quad-Bikes oder sowas. Und dann irgendwie in eine, irgendwo langfahren und es wird dunkel und eigentlich dachten alle, sie sind auf dem Rückweg, aber plötzlich brennt irgendwo ein Feuer. Und dann, und dann, der Guide sagt, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht sind das Wilderer oder da ist irgendwas schiefgegangen, aber tut mir leid, ich muss da jetzt mal hingucken. Also bleibt hinter mir und wir fahren da mal hin und so weiter. Und dann fährt er da hin und dann stellt sich heraus, ist natürlich keine Wilderer, sondern ist eine kleine Cocktailbar, die mitten in der Wildnis dann aufgebaut wurde. Und das geht dann noch ein bisschen weiter und endet dann irgendwann in einer Übernachtung, in einem Bett gestellt, in einer Wüste, die irgendwie 100 Meter im Umkreis keinen anderen Menschen hat. Also jeder wohnt so 100 Meter weit auseinander und nur das Bett und deine, du hast einen kleinen Waschplatz, deine Sachen, die du eigentlich im Zelt gelassen hast, sind aber auch da. Die sind natürlich organisiert worden. Aber ich will da auch nicht mehr dazu sagen und auch nicht sagen, wo das ist und wie das ist und so weiter. Sonst nimmst du ja auch die Überraschung und den Moment. Wow. Einfach wow. Aber das ist dann eben so, dass die Leute sagen, boah, also wenn ich morgens noch nicht weiß, wo ich abends schlafe, das ist ja manchmal, wenn ich eine Stunde noch nicht weiß vorher, wo ich abends schlafe. Ja, das ist für manche der Tod. Es ist ja heutzutage alles total durchorganisiert. Olli, weil du... Ja, aber das ist das Schöne. Bei euch ist es organisiert, aber man merkt... dass sie mir das dann... dass sie vertrauen und dann lassen sie sich auch fallen und ich habe ja viel mit Alpha-Mails zu tun, das ist ja nicht überraschend irgendwie so, ja. Aber ich bin ja auch ein Alpha-Mail, aber ich kann mich auch blendend unterordnen, wenn ich weiß, der andere weiß, was er tut. So. Dann bin ich entspannt, dann kann ich mich fallen lassen, sozusagen. Und das habe ich das Gefühl, dass uns das gelingt, dass unsere Kunden sich in dem Moment fallen lassen. Sie wissen nicht immer, was passiert, aber sie sagen, okay, okay, der macht das schon, sozusagen so. Und das erlaubt uns dann Dinge zu tun, die man normalerweise vielleicht nicht tun würde und die einen aus der Komfortzone rausbringen. Aber das ist ja das, was hängen bleibt. Das ist ja das, was ich nicht vergesse. Das sind Erlebnisse, Erinnerungen, Creating Memories, da wären wir wieder. Das ist so das, was man dann tatsächlich auch mit ins Grab nimmt und was einem ja auch keiner mehr nehmen kann. Und das ist ja die Aufgabe von Michael und seinem Team. Aber Olli, weil du so viel über gefragt hast, wie sind denn die Kunden? Das sind alles ganz normale Menschen. Da gibt es ganz normal, da gibt es Menschen, und das ist ja das Schöne, da gibt es Menschen, die man nicht so gerne mag, wie immer im Leben. Und dann gibt es Menschen, mit denen kannst du drei Wochen verbringen. Und das bewundere ich ja so. Aber Michael, er verbringt ja seine Zeit, weiß ich nicht, sechs, acht Wochen, mit den gleichen Menschen. Und es gibt ja auch Emotionen und Gespräche und Austausch. Na, du lernst die Menschen schon anders kennen. Ja, das meine ich damit. Und es gibt dann auch natürlich auch mal, es gibt dann ja auch häufig genug Gespräche, die ein bisschen unter die Haut gehen. und so weiter, weil du natürlich dich auch öffnest in so einer Umgebung. Du hast ja auch die Zeit dazu. Also das heißt, und auch einfach so, dafür ist ja auch diese Reise da, die Seele baumeln zu lassen, Sachen Revue passieren zu lassen, darüber nachzudenken, was sind meine Wünsche, meine Träume, darüber zu reden. Und ja, da sind ja auch nicht so viele zum Reden. und deswegen, das ist so das, und das ist ja auch das, was wir feststellen, ist einfach dieses unkomplizierte, aber tolle Erlebnis ist so vielen so wichtig. Und das hat ja nun auch gerade die jüngste Zeit gezeigt, wie schön es ist zu reisen und diese Welt zu erleben. Und wir waren da am Anfang, zu leben, ja, das wird vielen erst spät bewusst, jetzt fange ich an zu leben. Und das ist doch das, was einem keiner mehr nehmen kann. Ich finde das so wundervoll. Caro, hast du noch was zum Thema Reisen? Oder holen wir unsere Gäste mal alle rein und hören mal, was die für Fragen haben? Wir holen unsere Gäste rein und an dieser Stelle möchte ich gerne meine Grüße gen Afrika senden. Die Hanna war eine so, so tolle Hilfe. Dann, Michael, dann kommen jetzt ganz viele Menschen aus deinem Leben, die über die ganze Welt verteilt sind und die Fragen für dich haben. Wir fangen mal an. Hallo, Michael. Ich würde gerne mal wissen, was deine spannendste Begegnung mit Einheimischen vor Ort war, die dich vielleicht privat oder auch beruflich so am meisten geprägt hat. Ja, viele Grüße von Andreas. Ja, also ich habe ja auf meinen Reisen und jetzt nicht nur auf den Reisen, die ich jetzt auch für andere organisiere, sind wir ja oft genug in Gebiete gefahren, die tatsächlich nicht besonders nah an der Zivilisation waren. Und ob das jetzt in Papua-Neuguinea ist oder im Norden Namibias oder in bestimmten anderen Ecken von Afrika, wo wir auch teilweise eben auch indigene Volkstämme zu sehen bekommen und so weiter. Und ich erinnere mich häufig genug, also gerade mal in Papua, wir waren mit diesem Schiff da unterwegs und das Schiff war eigentlich ein Raumschiff für die. Ja, also die wussten nicht, was kommt da jetzt eigentlich. Verrückt. Also, ja. Und das ist so, als wenn bei uns jetzt auf dem Rathausmarkt irgendwie so ein Ding landet und du beäugst das, du weißt nicht, was wollen die Frieden, auf welcher Mission sind die, warum sind die überhaupt hier und so weiter. Und so ähnliche Erlebnisse hatten wir sehr wohl. Und das Gute, das war mir nicht bewusst vorher, aber wir hatten auch an Bord, das waren immer so acht bis zwölf Leute an Bord, wir hatten auch Frauen an Bord und wir hatten auch blonde Frauen an Bord. Das muss unfassbar faszinierend für die gewesen sein. Nein, und in dem Moment, wo du dich bedroht fühlst und du siehst aber jetzt zum Beispiel Frauen bei uns an Bord, dann verliert das ganz viel Bedrohung, weil wenn du auf Krieg gehst, wenn du auf Angriff gehst, wenn du erobern willst oder sonst irgendwas, dann nimmst du eigentlich keine Frauen mit sozusagen. Und die Tatsache, dass Frauen dort waren, hat die Sache so komplett entschärft irgendwie so. Also du machst ja auch, wenn du Menschen begegnest, die auch nicht wissen, was will denn der, du hast mal gesagt, Gringo hier, das ist ja, dann machst du komische Bewegungen und stolperst ein bisschen. Also wenn ich jetzt alleine irgendwo in eine Gegend komme, wo ein indigener Stamm ist, der auch selten Besuch bekommt oder sowas, dann versuche ich mich erstmal so ein bisschen tollpatschig zu benehmen. Das finde ich voll süß. Und von einem Tollpatsch geht auch keine Gefahr aus. Und das ist ja auch menschlich und das kann man ja auch ohne Sprache verstehen. Und das ist so. Und ich glaube, wir hier können uns nicht vorstellen, die Bilder, die du im Kopf hast, wenn du von Papua Neuginea erzählst, wie du da mit deinem Raumschiff, in Anführungsstrichen, in Gebiete fährst, wo noch nie ein Schiff war. Ich würde auch staunen und würde auch erstmal Angst haben, weil vor Neuem hat man ja auch erstmal Angst oder Respekt. Ja, klar. Geht auch erstmal zurück, so gedanklich. Ja, ja. Und dann ist es eben so, wenn du, und dann ist der Weg oft über die Kinder. Also die Kinder sind neugierig und digitale Fotografie inzwischen ist es natürlich auch verbreiteter, aber ich bin seit 25 Jahren fotografiere ich digital sozusagen. Und auf der Starship damals, das war 1999 bis 2001, wenn wir da Bilder, also ich habe ein Foto von Kleinkindern gemacht, denen dann denen das gezeigt, dann haben die, dann waren die völlig aufgeregt und so Mimister, 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 der Nächste, alle wollten fotografiert werden. Ich muss dann fotografieren, fotografieren, fotografieren. Ach süß. So und, und dann ist irgendwie eine riesen Commotion und Action und Gelächter und Geschrei und das ist aber so ein positives Geschrei. Ja, wie schön. Und dann kommen die Erwachsenen und sind auch neugierig und dann muss ich irgendwie noch ganz viele andere Fotos machen und nach einer halben Stunde ist alles vergessen und dann gehöre ich, dann merke, dann sieht mich keiner mehr und dann kann ich meine Fotos machen. Ist das klar? Wollen wir weiter machen? Ja, das ist richtig. Ja, natürlich ist das klar. Hallo Michi, hier ist Fiona aus Österreich und mich interessiert brennend, ob du deine wunderschönen Reisen selbst organisierst oder ob hier ein großes Organisationsteam dahinter steht, das dir den Rücken frei hält, um dich voll und ganz auf deine Fotos und Motive zu konzentrieren. Also, Teamplayer ja oder nein? Also, ich brauche natürlich Hilfe und wir haben ein Team, auch hier in Deutschland sozusagen, ein Office-Team, wobei, da sitzt jemand in Kiel, da sitzt jemand in Kenia. Hannah. Hannah zum Beispiel, ja. Und dann habe ich aber natürlich auch Leute vor Ort, das habe ich vorhin schon erwähnt, die ich auch brauche und die auch notwendig sind. Und also, das ist schon immer ein Teamplay und auch ganz wichtig. Und das ist aber auch ein bisschen von der Reise irgendwie abhängig, wenn ich mit drei oder vier Leuten oder fünf oder sechs Leuten reisen sollte. Und nochmal bei der Gelegenheit möchte ich auch nochmal deutlich machen, und wir organisieren ja auch viele Reisen im Laufe eines Jahres, wo ich nicht dabei bin, die so organisiert sind, dass man die wunderbar als Familie auch alleine machen kann. Und das ist ja auch schön, manchmal möchten die Familien einfach unter sich sein. Und da habe ich volles Verständnis für. Dann gibt es andere Reisen und da bin ich dann dabei und manchmal bringe ich auch noch jemand Zweites mit oder jemand Drittes mit, wenn der logistische Aufwand vor Ort das notwendig macht, irgendwie so. Wir waren jetzt mit 16 Leuten, also acht Pärchen in Namibia unterwegs im November, acht Pärchen, die sich nicht kannten. Das ist immer ein gewisses Risiko. Da musst du ein bisschen Händchen haben, die Gruppe richtig zusammenzustellen. Empathie gehört zu dem Job. Ja, und das ist wunderbar gelungen. Die WhatsApp-Gruppe ist täglich lebendig, auch immer noch. Süß. Und es gibt jetzt Wiedersehenstage und dies und jenes. Und da brauchte ich auch Hilfe, weil wenn wir mit acht Autos fahren, da brauchst du einen, der vorne fährt, in diesem Fall ich, und da brauchst du jemanden, der hinten fährt. und der Lumpensammler sozusagen, der dir Bescheid sagt, wenn irgendwie... Was verloren geht. Wenn was verloren geht und so weiter. Und dann brauchst du Hilfe beim Aufbauen. Tatsächlich haben wir eine Nacht in totaler Wildnis, in einem wunderbaren Ort, 60, 70, 80 Kilometer von der nächsten menschlichen Seele übernachtet und mit Selbstverpflegung in der Nacht, mit Grillen und Kochen und Machen und auf dem Dachzelt oben schlafen von dem Geländewagen oder sowas. Also das ist auch wieder die Nacht gewesen, an die sich alle am meisten erinnern können sozusagen. Ja, ohne Team geht es nicht und ohne Leute vor Ort geht es nicht. Verstanden. Dann kommt jetzt Axel für dich. Hallo Michi, hier ist dein alter Kumpel Axel aus Kapstadt und Hamburg. Was ich schon immer mal von dir wissen wollte, du bist ja ein recht ungeduldiger Mensch und Sachen können gar nicht schnell genug organisiert werden. Wenn du dann aber draußen ganz weit weg von der Zivilisation die stundenlang auf die Lauer legst und irgendwelche Motive einfangen willst, wie kriegst du das hin, dass du von 180 auf einen hohen Puls von 40 runterkommst und beide Sachen miteinander verbinden kannst? Michi, bevor du antwortest, möchte ich dir ganz kurz was sagen, weil das leider unsere Gäste im Podcast nicht sehen können. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie du dich über die Fragen und deine Gesichtszüge, wie die sich verändern auf der Personen, die hier dabei sind. Das bereitet mir sehr viel Freude. Caro, danke, dass du das alles organisiert hast. Ja, also danke für die Frage, Axel. Und du weißt auch so ein bisschen die Antwort, glaube ich. Nein, tatsächlich, ich bin vermutlich schon ein ungeduldiger Mensch, obwohl das bestimmt in den letzten Jahren noch besser geworden ist, wenn es um Dinge gibt, wo ich das Gefühl habe, ich kann sie auch verändern oder beeinflussen oder beschleunigen. Das Gute an vielen Dingen in der Natur ist, dass ich da Dinge erleben kann, muss, darf, die ich eben nicht beeinflussen kann, die ich eben nicht steuern kann, die ich eben nicht mir erwünschen kann für drei Uhr nachmittags oder sowas. Ja, und da kannst du ja auch nicht den Elefanten sagen, geh mal drei Schritte nach rechts, zwei Schritte nach vorne und jetzt mal den Rüssel hoch. Und ich glaube auch das Thema Fotografie haben wir ja, also wir haben uns ja jetzt sehr stark auf das Thema Reisen konzentriert und leider ist dieser Podcast ja nicht visuell, logischerweise, aber die Bilder, die du machst, die faszinieren einen so wahnsinnig, die nehmen einen auch mit auf eine Reise. Das heißt, man muss, man kann auch mit diesen Bildern reisen und die sind so ausdrucksstark. Und letzte Woche hattest du auch hier in Hamburg, auf dem Übersee Boulevard war das, glaube ich, eine Ausstellung gemacht, wo man sich das auch anschauen kann oder natürlich auch im Netz oder diese tollen Fotobände. Also es ist schon, das sind ja Bilder, die du im Kopf hast, aber die du transportierst. Und ich finde es auch immer so schön, wie bescheiden du bist, aber New York Times hat darüber berichtet, du hast 3000 Millionen Preise dafür bekommen. Also Wahnsinn. Also auf jeden Fall müssen wir ein Bild machen, haben wir ja schon ein Bild mit diesem Buch und ins Netz stellen, Olli. Ja, tatsächlich, letzte Woche, es gibt eine, das war auch mal eine Idee, die vor 15 Jahren entstanden ist in der HafenCity, die ja dort noch ganz in seinen Anfängen war oder in ihren Anfängen war. Und da kam mir die Idee mal zu sagen, warum macht man da nicht eine Open-Air-Ausstellung oder sowas, um dort irgendwie Leute, die Menschen die Gelegenheit zu geben, um sich schöne Bilder anzugucken. Und tatsächlich war das, ist das passiert, ich weiß gar nicht mehr, war 2009 oder 2010 irgendwie so. und das war ein recht großer Erfolg. Und seitdem werden dort alle halbe Jahre, tatsächlich findet dort eine Open-Art, also eine Open-Air-Ausstellung statt. Ich bin jetzt das dritte Mal dabei wieder, da hatte die Eröffnungsausstellung zwischendurch mal Island und jetzt eine Ausstellung zum Thema East Africa und die ist auch noch zu sehen bis Ende September für jedermann. Also hin da. Für jedermann zu gucken. Ja, es ist so tatsächlich, dass Bilder und in der Natur werde ich geduldig und am Anfang habe ich viel die Bilder zu den Menschen gebracht und das ist das, was ich jetzt auch bei den Reisen mache. Ich bringe jetzt die Menschen zu den Bildern. Welches Erlebnis hattest du denn mit einem Tier, wo es richtig gefährlich geworden ist? Gab es sowas logischerweise? Ich meine, wenn man so viel unterwegs ist wie du und man fotografiert Löwen, dann ist man ja, ich meine, so dicht an den Löwen wie du dran warst? Nee, also mit Löwen kann ich mich nicht erinnern, dass irgendwas gewesen ist, was mich irgendwie in eine erhöhte Pulsbereitschaft oder Pulszustand gesetzt hätte. Hat es denn ein Black Rhino schon mal geschafft? Eigentlich auch nicht. Also die Sachen, die ein bisschen für einen erhöhten Puls gesorgt haben, waren Sachen, wo ich entweder zu Fuß unterwegs war oder in einem Kanu oder in einem Kajak oder in einem Boot und dann waren es eher, sage ich mal, und zwar nicht, weil sie besonders gefährlich sind, sondern weil wenn du zu Fuß unterwegs bist, also dann waren es eher Elefanten, die plötzlich irgendwie vier Meter vor einem standen und insbesondere wenn man dann im Kanu sitzt, dann muss man den Nacken schon ganz schön weit nach oben. Und dann wird es dunkel. Und dann denkst du, okay. Und dann musst du auch deine Bücher und deine Sachen gelesen haben sozusagen. Also in der Natur ist es ganz grundsätzlich so, alles, was wegrennt, ist schwächer und ist Opfer. Also wegrennt ist wahrscheinlich, und alles, was vier Beine hat, ist schneller als du. Musst du auch wissen. Michael, das war tatsächlich der Grund, warum ich gefragt habe, weil ich habe in Afrika ein wunderschönes, so einen Sundowner gehabt an einem See mit meinen Kindern und auf einmal steht ein Black Rhino, aber wirklich nicht weit. Wir haben es nicht gemerkt. Und also ich kann dir sagen, ich hatte wirklich ein freundes Hütchen. Hey, leck mich am Ärmel, da ist mir wirklich die Düse gegangen. Und meine beiden Kinder waren total relaxed. Und ich dachte so, oh, lieber Gott. Also da, deswegen, Löwen war auch nie das Thema bei uns. Das war super. Aber Black Rhino und vor allem, weil ich die Geschichten halt von den Guides auch vorher gehört hatte. Und Black Rhino, da habe ich auch Respekt, weil Black Rhinos sind, also Elefanten sind relativ einfach zu berechnen und zu lesen, will ich mal sagen. Und Rhinos sind nicht einfach zu lesen. Und da kriegst du auch nicht großartige Warnungsstufe, immer oder sowas. Nee, die laufen los. Es geht los, ja. Also ja, das kann ich schon verstehen, dass da der Puls ein bisschen hochgegangen ist. Ich habe noch zwei Fragen, beziehungsweise Einspieler, die ich unbedingt machen möchte. Und Caro, du hast Fotografie schon angeschnitten. Wir sollten unbedingt auch mit Michael noch über das Thema E-Biken sprechen, weil das ja so all over the place mittlerweile ist. Und Michael da auch eine ganz tolle Idee hat. Das würde ich auch gerne noch bringen. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, ich fange mal an. Hallo Michael, hier ist Hanna aus Kenia. Mich würde mal interessieren, nachdem du so viel von der Welt gesehen hast, in welchem Land du gerne leben würdest, wenn du dir das aussuchen könntest. Naja, also ich bilde mir ein, ich kann mir das aussuchen. Und ich lebe noch in Hamburg. Aber es kommen natürlich immer mal wieder Gedanken, auch gerade in den letzten Jahren. bis vor gefühlt acht, neun, zehn Jahren hatte man das Gefühl, dass die Welt tendenziell besser wird und ein friedlicherer Platz wird. Und seit, ja nicht ungeraumer Zeit und der Erscheinung von diversen Persönlichkeiten, von Erdogan über Trump, über Donald oder über Boris und Putin natürlich, wird es plötzlich wieder zu einer stärkeren Ellbogengesellschaft, auch von Land zu Land. Und wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben andere Art von Bedrohungen und unsere Fregatten haben keinen Treibstoff und die Bundeswehr, die Bundesbahn, also ich musste gestern mal nach Berlin oder vorgestern nach Berlin und bin gestern zurückgekommen. Drei Minuten bevor der ICE am Dammtor einlaufen sollte, hieß es plötzlich halt 35 Minuten Verspätung. Wo hat er sich die denn geholt? Auf den letzten vier Metern oder so. Dann sitzt du da auf dem Bahnsteig und es kommen 13, ich habe mitgezählt, 13 andere Züge rein oder raus und nicht einer war pünktlich. Nicht einer war pünktlich. Dann bist du auf dem Rückweg, dann heißt es, dein Zug soll um 11.06 Uhr gehen, dann heißt um 11.05 Uhr steht da, Achtung, Ankunft und es fährt ein Zug an und du denkst, das ist eine Ankunft. Da steht auch draußen nichts dran, auf dem Zug, dann steht plötzlich an den Schildern Hamburg, dann weißt du aber nicht, ist das jetzt der Zug oder ist das der nächste, sozusagen. Dann ist der, sollte die Wagenklassen, die Wagen waren nicht da, wo sie laut Anzeige sein sollten, dann bist du noch mehr skeptisch. Dann weißt du nicht, dann standen die Leute dort, gehe ich jetzt da rein, gehe ich dann raus. Ist das der richtige Zug? Ist das der richtige Zug? Also Bananenrepublik darf man nicht sagen, aber es sind schon viele Sachen, wo man sich fragt, in welche Richtung das geht. Und insofern gibt es natürlich tatsächlich immer mal wieder Gedanken, wo würde man denn sein wollen, when the shit hits the fan. Und? Ja, es gehen ja, auch diverse Hamburger haben sich ja jetzt schon auf Neuseeland eingeschossen. Übrigens ist das auch meine Aufgabe im Family Office, ist tatsächlich so Exit Tags und Umzüge und so. Also das ist auch nicht ohne. Und da Neuseeland ist tatsächlich ein... Klar, strategisch... Aber die nehmen halt auch nicht jenen. Nee, und das wird immer schwieriger und so weiter. Und man muss inzwischen auch schon deutlich siebenstellige Investitionen und so weiter und so weiter. Also, aber es ist relativ strategisch uninteressant. Und es ist friedlich und es ist englischsprachig und neutral und ist not overcrowded. Also eigentlich eine gute Gelegenheit, aber die Neuseeländer sind ja auch nicht blöd. Und die wissen das natürlich und versuchen jetzt auch da den großen Influx zu verhindern. Aber es gibt viele Plätze. Also in Europa bin ich nirgendwo sicher, wenn man das Wort sichern irgendwie versucht zu definieren. Und auch so Plätze, wo ich sage, ja, dann geh doch nach Island oder so. Aber auch erstmal ist es mir zu lange dunkel. Aber auch das ist strategisch viel zu wichtig zwischen USA und der Sowjetunion. Es gibt so ein paar andere Länder. Natürlich kommen Lieblingsländer wie Kenia oder Namibia oder sowas auch ins Gespräch. Kapstadt wieder weniger, weil möglicherweise auch wieder zu strategisch irgendwie so. Ja, aber eine goldene Antwort habe ich nicht. Okay. Michael, letzte Frage kommt von einer ganz bekannten Headhunterin aus Deutschland, aus der Finanzbranche. Und da hat mich Caro gestern darauf aufmerksam gemacht. Oliver, du erinnerst dich doch noch an die Frage von der Karin. Haben wir die noch irgendwo? Die passt bei Michael ganz hervorragend. Und ich bin tatsächlich gespannt, ob du da eine Antwort drauf hast. Ich möchte ihn gerne fragen, wenn er eine Reise macht, was packt er als erstes in den Koffer und was als letztes? Also tatsächlich ist das mit dem Packen immer eine ganz aufwendige, sorgfältige Geschichte, weil ich ja in die Gebiete reise, wo ich nichts nachkaufen kann. Und insbesondere, wenn es dann um, dann gibt es das Thema medizinische Versorgung, auch für meine Gäste. Dann gibt es natürlich das Thema Fotografie. Da muss jedes Kabel doppelt sein, da muss Festplatten, da müssen Laptop, da muss Kameras, da müssen Objektive da sein, die ganzen Ladegeräte und so weiter. Das ist relativ großer Aufwand. Das ist aber immer alles im Handgepäck natürlich. In der Regel nehme ich auch immer ein oder zwei Bücher mit und die liegen eigentlich im Koffer immer ganz unten. Und ich habe natürlich keine Hartschalenkoffer, sondern Taschen, die zwar Rollen haben, aber formbar sind, damit sie besser irgendwo reinpassen. Und das empfehlen wir natürlich auch unseren Kunden. Und meistens zuletzt sind es dann so Sachen wie Medical, also Medical Stuff, Medikamente und sonstige Sachen, die dann relativ weit oben gut erreichbar sind, die man aber ja auch nicht in der Menge, zumindest nicht im Handgepäck haben darf. Danke. Caro, dann lass uns doch noch den letzten wichtigen Punkt, nämlich das E-Biken aufnehmen. Ich habe mitbekommen, lieber Michael, dass du zu Corona-Zeiten, weil du dich bewegen wolltest, jeden Tag 60, 70 Kilometer mit dem E-Bike rund um Hamburg, in Hamburg und um Hamburg herum gemacht hast. Und daraus ist dann was entstanden, was so ein bisschen auch wieder in dein Reisegehen oder auf dein Reisegehen einzahlt. Magst du das noch mit? Ja, tatsächlich war ja Corona so im Februar, März 2020 war schönes Wetter in Hamburg. Und die Reisen kamen ja zu einem jeden Ende oder zu jedem Stopp. Und ich habe gedacht, ja, wie bleibe ich jetzt mal klar im Kopf? Und ich gucke mir ja gerne die Welt an. Und insofern habe ich gedacht, jetzt setz du dich mal aufs E-Bike. Das fand ich immer schon gut. Und habe mir tatsächlich Hamburg angeguckt, wie ich es nie vorher gesehen habe. Ich bin in jeden kleinen Weg reingefahren und bin auch ganz viel über die Elbe rüber. Und für die meisten, die hier in Eppendorf, Hohe Luft, Eimsbüttel, Rotenbaum, Ottensen, Othmarschen und so weiter leben, hört ja Hamburg an der Elbe auf. Und wenn man sich überlegt, was da drüben alles so los ist, der Inselpark, einer der schönsten Parks in Hamburg, Uferpark, Wilhelmsburg, Vettel, alte Land, ungeahnte, schöne Ecken, alte Land natürlich und so weiter. Und das war für mich ganz toll. Und ich habe immer jemanden mitgenommen. So große Gruppen waren ja nicht erlaubt, aber so zu zweit und immer mal jemand anders, mal Freund, mal Verwandt, mal bekannt, irgendwie so. Und alle sagten, oh, das ist ja wie ein Tag Urlaub und das ist ja so schön. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann warum machst du jetzt keine E-Bike Safaris, so ein bisschen African Style. Und wollte so drei, vier Tagestouren machen mit dem E-Bike. Habe dann mit Riese und Müller gesprochen. Die haben gesagt, ja klar, wir stellen ein paar Fahrräder mit zur Verfügung, machen dir da einen Deal. Und dann haben wir super tolle Fahrräder gehabt und das Team war ready, aber dann waren alle Unterkünfte in ganz Deutschland ausgebucht, weil das natürlich irgendwie so, und dann war nichts mehr mit Mehrteil des Reisens. Jeder wollte reisen und man durfte ja nicht so weit. Oder, ja genau, und dann bist du halt in der Nähe geblieben. Dann haben wir Tagesausflüge gemacht, am Anfang relativ normale Zeiten, dann aber gesagt, nur lass uns doch mal zum Sonnenaufgang los oder lass uns mal zum Sonnenuntergang los. Und insbesondere die Sonnenaufgangstouren, die über die Elbe gingen oder auch die Sonnenaufgangstouren in die Lüneburger Heide und auch zur Heideblüte oder sowas, wo das dann aber schon um fünf Uhr morgens losgeht. Das waren so echte Game Changer für viele, wo viele gesagt haben, das kann nicht wahr sein. Das ist eine Dreiviertelstunde von Hamburg und ich bin wie in einer anderen Welt. Der Schöne liegt manchmal so nah. Und dann ist da der Morgennebel und dann kommt die Sonne da rein und wenn die Heide blüht, ist alles so im Lila und so weiter. Tatsächlich war das Interesse groß, ist groß, aber wir scheitern am Personal. Also es macht keiner glauben oder es mag den Zwischenleuten glauben. Doch, doch, geht uns genauso. Aber wenn ich sage, willst du am Wochenende, kannst du am Wochenende eine Tour fahren? Och, Wochenende, ach, weißt du, nee, das mache ich jetzt eigentlich nicht mehr so gerne. Das brauche ich für mich. Ich sage, gut, wie sieht es denn aus mit morgen früh, so um sechs? Ja, das ist keine gute Zeit für mich. Nee, da muss man ja früh aufstehen. Entschuldigung. Ich sage, naja, aber wie sieht es dann vielleicht aus nächsten Freitag, so gegen Mittag? Nächsten Freitag? Da habe ich Homeoffice. Das willst du jetzt schon wissen. Da habe ich Homeoffice. Ja, und das ist einfach echt mühsam. Und wenn du 70 Prozent deiner Energie an Personalbeschaffung oder sowas stecken musst, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr, sozusagen. Aber zum Glück haben wir ja unseren, das haben wir dann auch gedacht, wenn die jetzt schon so tolle E-Bikes benutzen, dann machen wir auch ein Geschäft, damit wir sie auch verkaufen können. Und wir haben einen wunderbaren Riesa und Müller Shop in der Hafencity, der allerdings jetzt darunter leidet, dass das Westfield Center so spät aufmacht und deswegen ab morgens um acht bis ungefähr nachmittags um drei alle Parkplätze in allen Parkhäusern im Umkreis von zwei Kilometern voll sind. Also wir hoffen, dass unsere Kunden uns eher nachmittags besuchen oder am frühen Abend, weil da sind wir erreichbar, da gibt es Parkplätze und da haben wir irgendwie E-Bikes, weil ich liebe das Erkunden mit dem E-Bike. Ich bin gerne an der frischen Luft, ich bewege mich gerne, muss mich aber nicht schwitzen kommen. Doch, aber man muss ja nicht so viel Action machen, sondern man muss ja auch Zeit nehmen zum Gucken. Und ich kann eben entdecken mit dem E-Bike. Ich komme fast überall dahin, wo ich auch zu Fuß hinkomme, aber mit dem Auto eben nicht. Ich habe aber eine relativ hohe Reichweite, die ich zu Fuß nicht habe und für mich ist das so die beste zwei Welten. Und ich mag auch das Tempo. Gehen ist mir ein bisschen langsam, aber ich kann mit dem Fahrradtempo gut umgehen und wenn mich was interessiert, halte ich ab, steige ab und gucke mir das an. Und diese Freiheit, die ist wunderbar. Olli. Ja, guck mal, du sagst Caro und ich sage Olli. Hast du noch einen? Nein, ich glaube, in Anbetracht der Zeit, ja, ich würde ja auch so gerne auf das Thema Gourmet und Essen. Aber dann, weißt du, wir könnten ja mit unseren Gästen immer Stunden, Tage lang reden, aber so eine Stunde ist ja unser Budget sozusagen. Genau. Und da sind wir ja drüber. Ja, sind wir immer. Da sind wir drüber. Da sind wir immer drüber. Michael, ich habe zwei Dinge. Also als erstes mal ein ganz herzliches Dankeschön, dass du hier mitgemacht hast. Hat Spaß gemacht. Weil das ist für unseren kleinen Podcast, ich würde das mal so ein Next Step nennen, weil du bist ein unglaub, das war ein ganz tolles Gespräch, du bist ein ganz, ganz toller Gast gewesen. Und ich bin mir sehr sicher, ich weiß auch schon die Überschrift, wie wir, wenn wir rauskommen, was wir machen werden. Das ist ein Satz, den habe ich von dir vorher schon gehört. Du hast den heute wieder gesagt. I gonna run out of time before I run out of money. In dem Satz ist so unglaublich viel Philosophie und was man für sich selber mitnehmen darf. Deswegen ist auch mein Thema, ich gebe ja den Gästen eigentlich immer einen Wein mit. Und du hast vorhin schon gesagt, Wein trinkt gerne eine Schorle. Und dann habe ich überlegt, ja, und dann gebe ich den Leuten immer ein Reiseziel mit. Boah, aber was soll ich dir ein Reiseziel mitgeben? Boah, Morat, mach dir mal die Benchmark. Schenk mir doch eine Fahrradtour oder sowas. Und genau das mache ich jetzt. Genau das mache ich jetzt. Was ich dir, ich habe das selber erlebt und es passt so toll zu dem, was du heute erzählt hast. Auch wenn man das nicht hört, ich bin gebürtiger Franke. Und ich mache mit drei Kumpels, mache ich einen Wein, nicht in Franken, sondern im Rheingau. Aber wir unternehmen jedes Jahr eine Reise. Und da die anderen drei das gerne an mich delegieren, darf ich immer die schönen Nahziele in Deutschland aussuchen. Und wir waren letztes Jahr quasi in meiner Heimat. Wir hatten unseren Stützpunkt, das war das kleine Örtchen Vollkrach am Main. Wein und wenn man E-Biken, Wein, Gourmet, gutes Essen verbinden will und dann auch noch Sachen erleben, wo ich sage, boah, das haben die meisten noch nicht. Weil wir hatten so ein Wahnsinnswetter und wir sind halt alle auch im Kopf ein bisschen raderdoll, sind dann im Main auch noch schwimmen gewesen. Und da habe ich tatsächlich auch gelernt, was es heißt, Strömung zu erleben, weil rein war woanders als raus. Und das war so ein wunderschönes Wochenende. Auf Fahrrädern so tolle Erlebnisse, ob jetzt Essen und so weiter. Wenn du die Zeit findest und wenn du einen Freund hast, wo du sagst, mit dem fahre ich mal nicht in Hamburg, sondern Riese Müller gibt uns auch in Volkach oder in Würzburg ein Fahrrad, dann ist das mein Ort für dich, meine kleine Reise, mein Nahziel für dich, das mal zu erleben. Toll, ja, finde ich eine gute Idee. Solche Inspiration nehme ich gerne. Ich sage danke. Caro, komm, heute letztes Wort bei dir. Letztes Wort, ja, bei mir ist auch. Danke, danke, danke für deine Zeit. Und ja, Olli, ich glaube, wir haben hier ganz viel Stoff, worüber man nochmal nachdenkt und der ein oder andere Zuhörer, sich auch nochmal Gedanken macht, ob er sich nicht mal Zeit für sich und die Familie nimmt, eine Auszeit, ob es jetzt nun am Rhein ist oder an der Elbe oder in Namibia oder in Papua-Neuguinea einfach leben. Musik Untertitelung des ZDF, 2020